Und es geht weiter! Wir hatten das letzte Mal eine Raumstation erreicht und jetzt wollen mal gucken, wie wir unseren Charakter kustomisieren können. So, also wir haben hier die Wahl zwischen verschiedenen Kategorien. Einmal hier Leute in Raumanzügen, dann lustige Gag, die so ein bisschen Koboldartig sind, manchmal Schnäbel haben. Dann hier diese komischen orkisch anmutenden Typen. Und, äh, artifizielle Intelligenz hier. Oder halt ein Traveller. Das wäre dann hier so einer. Tja, was nehmen wir da? Nehmen wir mal so einen Gag. Hier haben wir hier die Auswahl zwischen verschiedenen Body Shapes. Verschiedenen Köpfen. Die sieht gar nicht schlecht aus. Markings. Nehmen wir eins. Aha. Okay. So, was nehmen wir hier für Farben? Müssen wir eigentlich rot nehmen, ne? Alleine wegen dem Kanal-Namen. So. Torso. Was nehmen wir für ein Torso? Nehmen wir mal das hier. Das machen wir dunkelrot. Die Beine. So. Sehr schön. Die Stiefel. Machen wir auf 3. Und Rucksack. Banner ist mir egal, aber machen wir rot. Und ebenfalls rot. Irgendwas, was besser passt. Irgendwas, was nach Papier aussieht. Nehme das. Ist ok. Gut. So. Das ist unser neues Ich jetzt. Ok. Aber wir können dadurch immer noch nicht die Sprache. Dann können wir uns hier für 5.000 ein Upgrade kaufen. Wir haben 9.000. Machen wir das mal. So. Dann war glaube ich der Laden war auf der anderen Seite hier. Da können wir ein bisschen was verkaufen und dafür Sachen kaufen, die wir brauchen. So. Corvax Casing glaube ich brauche ich nicht. Salz brauche ich erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. Kobalt immer schön verkaufen. Super viel Geld auf einmal jetzt. Äh. Das Mordid glaube ich brauche ich auch nicht. Das brauche ich alles nicht. Auch die Leber nicht. Geoden brauche ich nicht. Gecrelikt brauche ich nicht. So. 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 Das war jetzt auch schon alles. Okay. Dann gucken wir mal. Ob wir Sauerstoff kaufen können. Ja. Können wir. Und zwar eine Menge. Für 78.000. Wie viel haben wir jetzt 250.000? Machen wir das mal. Brauchen wir uns um Sauerstoff keine Sorgen mehr machen. Ja. So. Und Sodium war noch so eins. Für 120.000. Ja gut. Das ist ein bisschen teuer. Und Sodium ist einfacher zu finden. Also. Gehen wir mal runter auf. Ich weiß nicht. 500 oder so. Sagen wir 700. 200. So. Ja. Cool. Haben wir Kram. Jetzt können wir uns noch mit den Leuten hier unterhalten. Ask about travelers. Oder was? Ah. Hier muss ich hin. Ne. Ne. Ich muss hier hinten hin. Oder? Wo ist denn diese? Also hier ist keine Tür. Muss vielleicht auf dieser Seite eine sein. Jo. Das erste Mal was verkauft. Und schon bin ich ein Geldmacher. Äh. Also hier geht es ja auch nicht rein. Ist irgendwas zum Einsammeln? Hm. Explore the space station. Find life forms. To ask about the. Ich sehe eine Frage, wenn wir den hier. Wenn der mit uns reden will, heißt das. Ja. Bladi blub. Die blubede blab. Blab. Blabidi bidi bidi bidi. Aha. Na ja. Instantly return to your base. Kann ich ja jetzt noch nicht, weil da habe ich ja keinen Teleporter gebaut. ne. Das funktioniert ja so jetzt nicht. So. Mal gucken. Vielleicht können wir uns hier ja so einen besseren leisten. Der ist tatsächlich besser als der, den ich habe. Aber super teuer momentan. Schade. Kannst du mir irgendwas. Kannst du mir irgendwas. Multitool Upgrades besorgen. Ne. Ist auch alles zu teuer. Okay. Schade. Ne. 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 Okay, kann ich tatsächlich hinwärmen. Das geil! Also, wenn ich nicht hier hingehe, dann geht! So, so ist besser, ne? Jetzt habe ich jetzt nicht den Schatten hinter mir. So, besser? Weiß nicht! Kann es denn bald mal weitergehen hier? Ja, geht doch. Okay. So. Dann wollten wir hier ja so eins bauen. Dazu brauchen wir zwei Carbon Nanotubes und vier Metal Plating. Okay. Zu wenig Carbon. Okay. So. 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 Wir brauchen aber auch Pflanzen. Wo sind die Pflanzen? Wie in der Gegend alles schon abgeholzt oder was? Da ist einer. So. 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 Vielen Dank. 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 Aber hier ist kein Wald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, war auf der anderen Seite. Oh, gibt es hier gar kein Kohlenstoff. Das ist natürlich ätzend. Das ist natürlich ätzend. Da müssen wir hier. Wir müssen hier gucken. So. Oh, shit. Oh, shit. Da müssen wir hier. Da müssen wir hier. Wir müssen einen anderen Planeten suchen. Okay. 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 Noob, keine Bäume. So. Jetzt der Planet Gloob und Umurte Yoda, der Name ist schon fast richtig. Baby Yoda hat bestimmt noch keiner gemacht. Also hier finden wir keinen Kohlenstoff. So. 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 Dann wollen wir das alles mal scannen, damit wir auch das Maximum rausbekommen aus den Bäumen. So. So. Okay. So. 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 hier. Das sieht doch gut aus So, während wir hier weiter Carbon abbauen, verabschiede ich mich schon mal für dieses Mal. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das nicht unglaublich langweilig ist, mir hierbei zuzugucken. Zumal ich gerne auch so im Spiel geflort bin, dass ich kaum irgendwie meinen dämlichen Schwachsinn dazu habe. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinkommt, wenn es dann heißt No Man's Sky. Ja, und drückt die Glocke und abonniert den Kommentar und schreibt eine Subscription, wie ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.